Corfu, Sissi, Kaiser Wilhelm und die Venezianer. Ein Beitrag von 280 Countries. Dieser Tagesausflug nach Corfu führt mich zu den Sehenswürdigkeiten der Inselhauptstadt, zur alten und zur neuen Festung, in die Altstadt, auf die Montäne Esplanade, zum spektakulären Aussichtspunkt Kanoni und zum Palast der Kaiserin Elisabeth von Österreich. Die Überfahrt über die Straße von Corfu. Ich bin auf einem Roadtrip durch den westlichen Balkan und nutze meinen Aufenthalt im südalbanischen Ferienort Saranda an der Meerenge von Corfu zu einer Überfahrt auf die Insel. Ich kaufe das Ticket im Hafenbüro der Finikas Lines in Saranda, nicht weit weg von meinem schönen Hotel entfernt, oberhalb des Fährterminals. Nach passierender Grenzkontrolle stehe ich vor dem fliegenden Delfin, einem Tragflügelboot. Nur 30 Minuten nach der Abfahrt komme ich schon im Kreuzfahrtterminal von Corfu an. Gleich gegenüber des Ausgangs miete ich mir einen kleinen Roller. Mit ihm fahre ich die neue venezianische Festung entlang, die den Hafen überragt. Über dem Eingangstor prangt das Symbol der Erbauer, der venezianische Markuslöwe. Mit dem mächtigen Bau wurde 1576 nach der zweiten türkischen Belagerung begonnen. Im Jahr 1645 wurde die neue Festung mit seinen unterirdischen Munitionsdepots, Zisternen und Verbindungsgängen zur alten Festung fertiggestellt. Der Palast der Kaiserin Elisabeth von Österreich. Zehn Kilometer südlich des Hafens liegt auf einer Anhöhe über dem Meer das Archileion. Der wunderschöne Palast in der mediterranen Landschaft wurde 1890 von Kaiserin Elisabeth von Österreich in Auftrag gegeben. Ihre Statue befindet sich vor dem Eingang. Auf der Terrasse hinter dem Haus stehen die neun Musen Spalier und ein kleiner Park endet an einem Aussichtspunkt. Die Erben Elisabeths verkauften den Palast 1907 an den deutschen Kaiser Wilhelm II., der von dem Gebäude und seiner Lage ebenfalls sehr beeindruckt war. Im Café trinke ich nach einem Rundgang einen geeisten Frappé, eine gängige griechische Kaffeespezialität mit Nescafé. Der Aussichtspunkt Kanoni Anschließend fahre ich um den Flughafen herum hinauf zum Aussichtspunkt Kanoni. Der Aussichtspunkt trägt seinen Namen nach einer dort aufgestellten Kanone aus den Napoleonischen Kriegen im frühen 19. Jahrhundert. Auf der kleinen Insel Flacherna vor uns befindet sich ein weißes Klostergebäude mit rotem Ziegeldach. Es wurde um 1700 erbaut und ist über einen Damm erreichbar. Heute ist das Kloster aufgelöst, die Kirche steht zur Besichtigung und zum Gebet offen. Zur anderen Insel in der Bucht, der Mäuseinsel Pontikonisi, muss man mit dem Boot fahren. Auf dem höchsten Punkt der kleinen Insel steht eine byzantinische Kapelle aus dem 12. Jahrhundert zwischen schlank aufragenden Zypressen. Eine Gedenktafel erinnert daran, dass hier die österreichische Kaiserin Elisabeth gerne saß. Sie liebte es, zu dieser Insel zu schwimmen. Über der Bucht schweben oft Flugzeuge zur nahen Start- und Landebahn des Flughafens ein. Ich fahre auf dem bewaldeten Höhenrücken der Halbinsel in Richtung Corfu-Stadt zurück. Hinter dem Palast und Schlosspark von Mont Repos stoße ich wieder ans Meer. Die alte Festung von Corfu Von der alten Windmühle Anemomilos habe ich einen wunderbaren Blick auf die alte Festung auf der anderen Seite der Bucht. Auf dem Felssporn gab es schon im frühen Mittelalter eine befestigte Siedlung. Die erste Festungsanlage stammte von den Byzantinern aus dem 8. Jahrhundert. Um der 120-jährigen Herrschaft der Anjou zu entgehen, die den orthodoxen Glauben auf der Insel bekämpften, schloss sich Corfu im Jahr 1386 freiwillig der Seerepublik Venedig an. Fortan bestimmten hier die Venezianer 400 Jahre lang das Geschehen bis zum Ende der Serenissima Repubblica di San Marco im Jahr 1797. Um sich gegen die Angriffe der Osmanen zu wappnen, wurde von den Venezianern die alte Festung ausgebaut. Aus dieser Zeit stehen nur noch die Außenmauern. Das Innere der Festung wurde im 19. Jahrhundert von den Engländern neu gestaltet, die ab 1814 für 50 Jahre auf Corfu herrschten. 1864 kam Corfu zu Griechenland. Im Jahr 2007 wurde die Altstadt von Corfu in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Ich fahre entlang der Bucht nordwärts. Am Eingang zur alten Festung in einem kleinen Park steht das Denkmal für Lorenz Dörrell, der einige Jahre auf Corfu gelebt hat. Auf meiner ersten Reise nach Ägypten mit einer Fähre hatte mir mein Freund Jürgen das Alexandria-Quartett zum Lesen mitgegeben und habe dadurch den britischen Schriftsteller schätzen gelernt. Der mondäne Liston und die Esplanade Gegenüber der alten Festung liegt ein weitläufiger Platz, die Esplanade. Von den Franzosen, die vor den Engländern 17 Jahre auf Corfu herrschten, wurde die Esplanade als Exerzierplatz angelegt und bepflanzt. Zur Altstadt hin wurde die Anlage vom Liston abgeschlossen mit Verwaltungs- und Kasernengebäude und einem breiten gepflasterten Fußweg. Die elegante Architektur orientierte sich an der Rue Rivoli in Paris. Die Engländer erweiterten dann die Bögen der Gebäude und erhöhten sie um ein Stockwerk. Sie richteten in einem Gebäudeteil ein Hotel ein, eröffneten Terrassencafés und Restaurants und nutzten den ehemaligen Exerzierplatz als Cricketfield. Der Sport wurde von den Corfioten begeistert übernommen. Heute gibt es zwölf Cricketclubs auf der Insel und zwei weitere Cricketplätze. Die Altstadt mit dem Rathaus Durch enge Altstadtgassen gelange ich zum Mittelpunkt der Stadt, zum Rathausplatz. Hier steht ein schönes Gebäude mit Reliefschmuck. Es wurde im Jahr 1663 als Versammlungshalle des venezianischen Adels gebaut, war von 1720 bis 1903 ein Theater und wurde danach zum Rathaus umgebaut. Die Rückkehr nach Albanien Langsam wird es für mich Zeit, zum Hafen zurückzufahren. Der Rückweg nach Albanien findet abends auf einer Kleinfähre statt. Bei Ankunft in Saranda ist es schon dunkel. Auf der Terrasse des Sammerrestaurants an der Strandpromenade gibt es für mich zum Abendmahl Soufflaki, einen griechischen Salat und dazu ein Glas albanischen Weins. Meine Autoreise führt vom Ionischen Meer weiter durch das Land der Skibetaren, zum Ochritsee in Mazedonien, durch den Kosovo, zu den höchsten Bergen des westlichen Balkans an der Grenze von Albanien und Montenegro und von dort nach Serbien bis zur Metropole Belgrad an der Donau. Zum Schluss werden von mir noch die Hauptstädte Zagreb, Kroatien und Laibach, Slowenien besucht. Diese Reise fand im September und Oktober 2017 statt. Ich reiste allein. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören!